Und da kommt er, meine Damen und Herren, er kommt auf die Bühne in seinem weißen Junkschild und als Einzelnerbühnen hat er dran, Elvis Presley ist auf der Bühne. Er grüßt freundlich ins Kutikum und dreht dann hier rüber zu seinem Mikrofon. Er nimmt seine Gitarre, stellt sich vor das Mikro und meine Damen und Herren, let the show begin. Musik Der King ist aufgestanden, meine Damen und Herren. Aber Sie sehen, so schnell geht das. Schon sind wir drin, mittendrin in den 70ern, mittendrin im Leben von Elvis Presley und vor allen Dingen mittendrin in seiner Musik. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me. Somebody that's right, everybody let's run, yeah. Everybody in the whole time, Blackboard. Hey, just to steal our Blackboard. I watch a girl. Mmm, mmm, yeah, mmm, yeah. Mmm, mmm, yeah, I watch a girl. War schon mal jemand auf dem Anwesen Greysland? Da haben wir jemanden, auch jemanden, Augenzeugen. Greysland ist der zweitmeist besuchte Haus der USA, das glaubt gar keiner, aber nach dem weißen Haus. Tomorrow will be too late, it's now or never, my love, when you look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I gotta watch. Oh my god, look like an angel, take me 제�ons insHmm, oh myzwate, what a angel, take me letters, turn meiler! Baby like an angel, hold it up, baby like an angel, bang like an angel! Jackpot, 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 Jackpot! Elvis Presley's Tut nimmt unserem Land ein Stück von sich selbst. Er war einzigartig und unersetzlich. Mehr als 20 Jahre ist es her, dass er in die Zähne platzte mit einer Wirkung, die es bis dahin noch nie gegeben hatte und die es wohl auch nicht mehr geben wird. Seine Musik und seine Persönlichkeit, die Zusammenführung von weißem Kanki und schwarzem Redman Loops veränderten für immer das Anblitz der amerikanischen Kultur. Er hatte eine riesige Anhängerschar und war für Menschen auf der gesamten Welt ein Symbol für die Vitalität, die Aufsässigkeit und die gute Laune seines Landes. Das sagte US-Präsident Jimmy Carter zum Tode Elvis am 17. August 1977. Oh ja. Oh ja. Wah. Ich schnauze verse 5. Es wurde von deinem gearer im Englern. ich bin lange noch wiederer. Dann war es ein, dieser Fondlich aus der Gräte. Ich bin ja immer genauer. Ich bin schon encontra provocative, Doncusingint in die 책erv museum. Ich bin ja absolument nichts von Lore. Undibilis Damien um Zentral zu taller. Amen. Amen.